Hallo und willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. So, wir sind immer noch beim Essen. Fangen wir gleich mal an. Das Frühstück, el desayuno. Der Fruchtsaft, el sumo de fruta. Der Kaffee, el café. Der Tee, el té. Die Butter, la mantequilla. Das Brot, el pan. Das Abendessen, la cena. Das Mittagessen, la comida. Oder el almuerzo. Der Salat, la ensalada. La ensalada. Der Kiese, el queso. El queso. Das Obst, la fruta. La fruta. Das Bier, la cerveza. Das Mineralwasser, el agua mineral. Die Suppe, la sopa. Das Fleisch, la carne. Der Wein, el vino. Das Gemüse, las verduras. Die Nachspeise, el postre. Die Leberwurst, el paté de hígado. Die Salami, el salchichon. El salchichon. Das Kotelett, la chuleta. La chuleta. Das Huhn, el pollo. El pollo. Das Steak, el filete. Der Schinken, el jamón. El jamón. Das Kalbfleisch, la ternera. La ternera. Die Wurst, la salchicha. La salchicha. Der Weißkohl, el repollo. El repollo. Der Knublauch, el ajo. El ajo. Die Zwiebel, la cebolla. La cebolla. Die Erbsen, los guisantes. Los guisantes. Die Caroten, las zanahorias. Las zanahorias. Der Spinat, la espinaca. La espinaca. Der Blumenkohl, el coliflor. El coliflor. Flor. Der Rosenkohl. Los coles de Bruselas. Los coles de Bruselas. Der Salat. La lechuga. La lechuga. Roh. Krudo. Die Tomate. El tomate. El tomate. Die Schnittbohne. Oder die grünen Bohnen. Las judías verdes. Las judías verdes. Und die Kartoffel. La patata. Oder wie man hier sagt. In Canarias. La papa. Bis morgen. Und muchas gracias. De noticias. Gracias.